Ja, heute bei Concord Schweiz. Wir machen ein paar leckere Burger für die guten Leute hier und wir schauen uns mal so ein mega Wohnmobil von innen an. In diesem Sinne willkommen hier bei Grill & Chill, Barbecue & Lifestyle, euer Pit hier. Schön habt ihr wieder eingeschaltet und dann starten wir gleich durch, zeigen mal was für einen Burgers wir machen und dann schauen wir gleich mal in die schönen Concord rein hier. Mega, riesen Teile, fantastisch. Ja, wir starten hier gleich durch. Monolith Icon am Start und dann werden mal die Zwiebeln schön angeröstet. Für die Optik natürlich das gute Influenza-Öl dabei. Gibt Geschmack und Farbe. G201 auch am Start hier mit Blanche drin, Burger-Style hier. Schöner Zwiebel-Mix, rote, weisse. Es riecht hier fantastisch. Die Leute kommen schon in Scharen hier. Um die Burger zu würzen, nehmen wir hier leckeres Salz, Hawaii-Salz und den Smokey Porky von Klaus. Das gibt noch mal Rauchgeschmack dazu. Verhältnis 1 zu 3. Und einmal gut durchmixen. Richtig lecker. Jetzt wird gewürzt. Richtig lecker. Jetzt wird gewürzt. Schöne Brise oben drauf, leckeren Käse. Ja, ein richtiges Grillmonster, oder? Ja. Leckere Wands dürfen nicht fehlen. Fantastisch und super fluffig. Gehen schön wieder auf. Perfekt. Wands natürlich antoasten. Das gibt Geschmack. Mega. Ja, keine Minute, zwei später. Sehen die fantastisch aus. Ich würde sagen, die nehmen wir raus. Und dann gibt's Burger. Wir natürlich zuerst zum Testen. Eine gute Sauce nach Wahl. Bisschen Salat für die Girls. Und dann geht's los. Das ist jetzt kein Torel überhaupt. Das ist ein super Mann. Das sieht super aus. Das sieht super aus. Thanks a loveseб. Bis zum denn. Ap environmentally im Tag um den Tag, Als ich's dieесть jetzt machen. Schädel nicht souufe! Weil mình geht's ja mal 10 gaffnet, doch, ich bin zu einer. Votvotvotvotvotvotvotvotvotvotvot. Mega! Sieht fantastisch aus. Jetzt kosten wir die guten Stücke. Ja Freunde, so sehen die guten Burger nun aus. Jetzt wird getestet und gut. Mega! Rauchig. Gute Süße von den Zwiebeln. Super Buns. Und eine gute Soße. Mehr braucht es nicht. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Einfacher Burger, aber immer wieder ein Genuss. Dann geht es jetzt an die Massen. Mal die ganzen Leute verköstigen. So, nach guten eineinhalb Stunden haben wir es geschafft. Man sieht es hier. Schon am aufräumen. Ein mega Event. Hat Spaß gemacht. Freundliche Leute hier. Und dann schauen wir uns mal die Riesengefährte an hier. Gokort! Wahnsinn! Gokort! 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 von innen aus. Chefsessel hier. Wahnsinn. Mega. Küche am Start, alles was braucht. Bad und das Schlaf gemacht. Sensationell. Ja Freunde, das war's hier vom Concorde Event. Ein bisschen Grillen, endlich wieder raus hier zu den Leuten. Spaß haben, gut essen. Super Feedback hier. Hab ich gefreut für euch zu grillen. Die, die es sehen. Und ja, haut ihr in die Tasten. Würde mich sehr freuen über ein Däumchen. Weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen. Shop rein, schauen zwei weitere Folgen. Und schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon? So ein riesen Wohnwagen auf Rädern. Unglaublich. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. See ya.